Unschön Ich habe aber auch nur 60 Sekunden Das heißt, wenn ich jetzt meine Rastlosigkeit verbrauche bin ich die Stelle bei Dingens wieder los Aber das Giesepo gehe ich ein Das Risiko gehe ich jetzt gerade mal ein Im Zweifelsfall muss ich mich halt wieder befördern lassen Mal gucken wie es hier jetzt weiter geht Ich will dieses Grauen gerade nicht riskieren Und ich will halt einfach mal wissen was passiert wenn der Timer bei unserem Job auch ausläuft Das hatten wir bisher auch noch nicht Zumal hier unten gar auf Grauen gejagt wird Oh, ein eigentümliches Gerücht Das nehme ich doch nicht mit Dann kriegen wir jetzt mal wieder Berüchtigkeit Wenn wir dann tatsächlich wieder mit jemandem Kontakt aufnehmen können Ein Problem bei der Arbeit Degradierung auf einer Assistenzstelle Mein Abwesenheit im Büro wurde bemerkt Ich wurde degradiert und muss dem Chef gut zureden Um meinen Job zu behalten Dafür hier aber zwei Geldmittel halten Und ein Schimmern und eine Zufriedenheit Eine Zufriedenheit schützt vor Grauen Eine zweite flüchtige Reminiscenz Ich gehe dem eigentümlichen Gerücht mal nach Das ist Leidenschaft, ne? Ne, das ist ein Schimmern, oder? Leidenschaft 45 Sekunden Wie lange ist das Problem bei der Arbeit akut? Steht nichts dabei, ne? Muss ja jetzt warten, bis die Leidenschaft sich regeneriert hat Oh, und ich habe keine Vitalität mehr in der Hinterhand Sehe ich gerade jetzt Die löst sich jetzt in Wohlgefallen auf Jetzt, jetzt begreife ich Oh, da bin ich ja sehr gespannt In welche Richtung das dann noch führt Oh, komm schon Leidenschaft! Komm schon Leidenschaft! Mach hin Leidenschaft! Keine Ahnung! In den nächsten Gespräch aber vielleicht geringend nötig Ich brauche nicht Ich brauche ja das Geld Das ist ja das Problem Ich habe halt zweimal Leidenschaft gleichzeitig verbraucht Das ist dann nur so schief gelaufen Das Wasser Die Wasser des Forstes fließen kalt und tief Doch niemals klar Nur auswendig gelernte Erinnerungen werden mich nicht dorthin führen Ich muss meine Leidenschaft einsetzen Nun treibe ich ein anderer Träumer ab Na, da habe ich nicht aufgepasst Beziehungsweise ich hatte ja gar keine Leidenschaft über Ich habe mich im Wissen um die geheimen Geschichten weitergebildet Die hinter denen stecken, die wir kennen Eine heimliche Wahrheit Ein Detail, das aus einem benachbarten Narrativ hereingeschmuggelt wurde Nicht laut aussprechend, wenn man dich hören könnte Durch die Erkundung mit diesem Stück Wissen Könntest du geheime Orte auf dem Lande entdecken Okay, ich muss jetzt erstmal wieder Mir Vitalität zurücklegen Unsere Zufriedenheit ist auch gleich weg Ich habe da einen besonderen Freund Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns die Lande erneuern Oder bin ich ja gespannt Eine wenig vereistende Adresse, aber ein vielversprechender Bewohner Neville, eine Bekanntschaft Neville hält inne, bevor er spricht und er zuckt schnell zusammen Er lacht, wann immer er meint, du hast einen Witz gemacht Werde diese Bekanntschaft vielleicht als Anhänger rekrutiert? Oh! So, da sind zwei Bekanntschaften, die wir potenziell rekrutieren können Manche Tage sind besser als andere Manchmal ist der Himmel nichts als ein schmutziges Laken Manchmal fließt der Fluss ganz klar Zufriedenheit, okay Die Berichtigkeit, die hält halt auch so ewig lange, ne? Och, leck mich doch am Arsch! So, dann suchen wir gleich mal den geheimen Ort Ah, das entwickelt sich gerade Heute Nacht träumte ich von einem Museum Das entwickelt sich gerade wieder in eine blöde Richtung Weil diese dämlichen Detektive so ein beschissenes Timing haben Und dann wird das automatisch ausgelöst, dass dann dieses Zeitalter der Überwachung kommt Weil ich Berichtigkeit habe Würde ja irgendwo Sinn machen, ne? Aber... Ist auch ein bisschen fies Was kann ich denn gegen Berichtigkeit machen, um die relativ schnell loszuwerden? In den Schaukästen des unmöglichen Museums sehe ich immer einen Apfel Weiß wie Schnee und hart wie Marmor Ein goldener Käfer in einer strengen Schatulle Eine neckische Geometrie, die von mir berührt werden will Ein schwarzer Umschlag, der vor Frühling bürst Eine Opernkiste aus Messing für Messing-Instrumente Ein Sturm in einer Büchse Ich erwache immer, bevor ich das Ende des Ganges sehe Mir ist eine zweite Chance angeboten worden, offenbar habe ich dankbar zu sein Erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen Meine Leidenschaft muss sich erstmal regenerieren Achso, ich habe gerade überlegt, was forsche ich gerade Aber ich bin gerade dabei, mir wieder eine Vitalität zurückzulegen Damit ich nicht an irgend so einer blöden Krankheit krepiere Weil ich so einem Mädchen mir auch mal die Notizen für den möglichen Mitarbeiter ansehen sollte Weil das ist ja dann der Weg, wo ich potenziell mich um Mr. Orden kümmern kann Und halt auch in den müden Detektiv Und halt dann irgendwann auch die Möglichkeit Sprechende auch freischalte Hier lohnt sich eine nähere Untersuchung Krenkusshügel Der uralte Stamm hat diesen Ruhrort für einen reserviert Der am Ende seines Dienstes für eine gewisse gnadenlose Stunde mehr Narbe als Mann war Sie haben deinen Eingang mit bindenden Lidern und gemörsertem Blute versiegelt Ein Gewölbe Okay, das ist etwas, das ganz, ganz weit nach hinten So weit sind wir noch lange nicht hier So, ich bin ja mal gespannt, ob der müde Detektiv Beweise erzeugt Weil dann muss ich mich definitiv jetzt mal ein bisschen zurückhalten Ein Summen im Hirn Das hält aber nur 60 Sekunden Das ist ein heilige Gerücht, allerdings auch Das muss... Ja, komm Holen wir uns die andere Stelle wieder Gehen wir natürlich wieder im Forst träumen Und wir erkunden das eigentümliche Gerücht Um vielleicht noch eine Bekanntschaft zu machen Die verfallen ja nicht, das ist das Gute Diese Bekanntschaften verfallen nicht Ich habe jetzt eine Adresse Ich werde einen Brief schicken und ein Treffen vorschlagen Gesprächsfreiche Und Mystique Mystique ist ja etwas, was potenziell Jäger anlockt Aber wir haben ja eh schon einen Jäger da Äh, so Wenn das Individuum K den Treffen beiwohnt Werden schwarze Hunde geopfert und gevierteilt Ist das Individuum M anwesend Werden schwarze Stuten mit aufgeschlitztem Halse gefunden Ich denke, diese Opfer sind nicht nötig Doch unsere ligerianischen Freunde Könnten sie als angemessen erachten Hier Diagramme der Verstümmelung So, jetzt wird erstmal spannend Ob der Detektiv Beweise produziert Das wäre nämlich sehr ungünstig Hat ein Jäger berüchtigt sein entdeckt Wird er versuchen damit Beweise zu erzeugen Oder zu verbessern Ist er akkurat, hat er immer Erfolg Ist er launisch, wird er eher scheitern Doch gelegentlich kann er auch ohne berüchtigt sein Noch Beweise erzeugen Ja, und ich werde ja da oben Dann wahrscheinlich auch gleich Das nächste berüchtigt sein erzeugen Das Gute ist nur Dass der Detektiv mit seinen Ermittlungen Eher fertig ist Und ich dann vielleicht gerade so Glück habe Vom Timing her So, Obsession Welcher Hunger treibt mich an Die Antwort auf deinen Brief ist höflich Wenn auch vorsichtig Man ist verblüfft, dass du auf den Namen gekommen bist Clovette Eine Bekanntschaft Clovette ist auf eine Art glücklich Die kein Gegenargument zulässt Du könntest diese Bekanntschaft Vielleicht als Anhängerin rekrutieren So, haben wir jetzt schon drei Potenziell eher gleich sogar vier So, jetzt Warten wir erstmal kurz ab Wie sich die Ermittlungen da weiterentwickeln Ah, der hat was erzeugt, oder? Für den Moment bin ich in Sicherheit Mein Gegner hat nicht genug Beweise in der Hand Um mich anklagen zu können Er hat keine neuen Beweise gefunden So, wie gesagt Dieses berüchtigt sein Was mache ich jetzt damit? Wie werde ich das los? 230 Sekunden Ah, als nächstes werden wir krank Das ist natürlich auch unschön Jetzt warten wir da unten Bei unserer Obsession ab Bin auch sehr gespannt Wie sich das entwickelt Der Wächter Der die Tür im Auge ist Wartet in meinen Träumen Erlerne ich das Wissen der Laterne Und Träume von dieser Versuchung Kann ich meine Sache vorantreiben Das Verlangen nagt an mir Jetzt haben wir hier wieder Eine Rastlosigkeit Okay, da muss ich gleich mal was probieren Da habe ich nämlich auch einen kleinen Tipp gekriegt So, in Force hätten wir wieder das Summen im Gehirn Aber ich nehme die heimliche Wahrheit Cool Cool Im Schlafe gelangte ich zu jenem hohen, schadigen Felsen Der immer noch Tempel des Rades heißt Obwohl die Stunde namens Rat schon längst ausgestorben ist Eine andere Hand hatte ein Geheimnis In die schwarze Laterne an der Flanke des Felsens geritzt Ich brannte es mir ins Gedächtnis ein Um es für das Wachen zu bewahren Bevor der Samt aus den Samten in den Tiefen des Forstes kommt Und es auslöscht Der Samt wacht eifersüchtig über seine Geheimnisse Kann ich auch mit dem okkulten Zettel träumen Das ist ja cool Das probiere ich jetzt mal aus Was ich jetzt mal ausprobieren will Da haben wir jemanden mit dem ich arbeiten könnte Einen Gefährten oder eine Handel Zuerst muss ich überhaupt für etwas Sorgen Dem man folgen kann Im Gesellschaft oder im Bruderschaft Einen Orden Eigentlich möchte ich nur mit ihr reden Über unseren Job Damit ich den nicht gleich wieder verliere Weil ich nämlich die Rastlosigkeit ganz gerne loswerden würde Und wieder durchmalen Damit ihr nicht zum Grauen wird Muss ich anders handeln Schön manipulieren aber nur wenig Potenzial Einen Mitläufe Du kannst diese Bekanntschaft vielleicht als Anhänger rekrutieren Und wir haben wieder berüchtigt sein gesammelt Das wird mir wieder in den Arsch beißen Ich sammle hier viel zu viele Richtigkeiten Ich sollte mich demnächst was das angeht Vielleicht wirklich erstmal wieder zurückhalten Bis wir das alles losgeworden sind Medusas Rätsel Dann möchte ich als Was wird nicht geschehen stellen Es gibt noch ein weiteres Rätsel Das ich als Was kann verloren gehen gehört habe Ich werde einige historische Versuche umreißen Sie zu beantworten Diese sind für sich genommen Und in mancherlei Hinsicht Opfer Ein Parabel einer Ekthusiastin Das Rätsel der Ekthusiastin lautet Was kann verloren gehen? Jede Parabel der Ekthusiastin Ist der Versuch das Rätsel zu beantworten Aspekt Motto Level 6 Aspekt erfordert Intuition Aspekt Wissen Dann suchen wir mal den geheimen Ort Müssen diese Mystik loswerden Und das berüchtigt sein Müssen wir loswerden Ich habe mit meinem wahren Werk begonnen Die Behörden werden sich dafür interessieren Ich muss bereit für sie sein Du hast begonnen deinen Kult zu etablieren Es wird noch etwas dauern Bis du Gefolgsleute rekrutieren kannst Tradition und Zwang Alt, Neu oder beides zusammen Für gewissen Im Grundprinzip in deinem Kultus festzulegen Das hat aber noch Zeit Ich werde die Vitalität ja brauchen Wir wissen ja Ich werde krank Nächste Saison 300 Sekunden sind 5 Minuten Sind das 5 Minuten? Ja doch, 5 Minuten 5 Minuten, die ich jetzt mal versuchen sollte Irgendwie unter dem Radar zu fliegen Um den ganzen Scheiß erstmal wieder los zu werden Und Die ganze Sache erstmal auszusitzen In der Hoffnung, dass Alt nicht so schnell eine neue Ermittlung startet Jetzt sind wir ja eh erstmal krank Ich bin ja da, 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 ich